Diese Männer wollen das bislang höchste Hochhaus in Deutschland in die Luft jagen. Schon dreimal musste die Sprengung verschoben werden. Angeblich war immer noch Asbest im Haus. Die Sanierungsarbeiten zogen sich hin. Nun ist es soweit. In drei Tagen soll dieser Riese an der Reeperbahn vertikal in sich zusammensacken. Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren. In allen Etagen, in denen gesprengt werden soll, werden nun die letzten reißfesten Fließbahnen angebracht. Sind die Zettel schon verteilt? Nein, wir warten nach dem Nachmittag. Das machen wir nach dem Nachmittag. Ja, aber selbstverständlich sind da die Zettel. Firmenchef Werner muss die Anwohner informieren. Ja, das dreisprachig türkisch wird vom türkischen Mitarbeiter verteilt. Und Sprengmeister, sehr europatisch und deutsch. Sprengstoff, Zündschnüre und Zünder werden präpariert. Und jetzt, wenn ich die Zünder jetzt hier einführe, so. Das ist die Patrone scharf. Also jetzt kann sie zündet werden. 3000 Löcher mussten gebohrt werden. Schwerstarbeit. Mit nur 180 Kilogramm Sprengstoff soll das Haus zu Fall gebracht werden. Gesprengt wird auf acht Etagen und noch zusätzliche Sprengladungen sollen im Treppenhaus detonieren. Auch die umliegenden Läden auf der Reeperbahn werden über den neuen Sprengtermin informiert. Nicht das erste Mal. Am Sonntag um 13 Uhr soll das Hochhaus gesprengt werden. Am Landortplatz. Nochmal. Ja? Nochmal, ja, das wird. Da sind einige Vorsitzmaßnahmen, die zu treffen sind. Bremser geschlossen halten. Da hat eben die Warnsignale, ob man Sprengmeister darf. Das ist natürlich schon alles. Und das wird jetzt wirklich gesprengt? Ja, das ist hundertprozentig. Alles klar. Gut. Noch zwei Tage bis zur Sprengung. Der leitende Sprengmeister Ali Özdeck wirkt nervös. Ali, wie hast du heute geschlafen? Da habe ich ja zweimal gesprengt. Wunderbar gefallen. Den Rest habe ich nicht schlafen. Weiß ich nicht. Ist das jede Nacht so, dass du von der Sprengung träumst? Nein, nein. Ich habe ein bisschen Spaß. Ich habe gut geschlafen. Ich habe keine Bedenken. Also, das ist ja nichts. Noch ein Tag bis zur Sprengung. Die Leitzündschnur wird verlegt. Zum ersten Mal wird in Deutschland ein neues Zündverfahren ausprobiert. Hier kommt jetzt der elektrische Zündverfahren. Und warum muss man besonders vorsichtig sein? Wenn die Schnur jetzt kantet, das ist eine Leitschnur und die bricht durch, dann leitet die ja nicht mehr durch. Das ist aus. Dann ist die Detonation weg. Verstehen Sie? Wenn die Schnur... Dann Gebäude macht so. Hanni, seid ihr in der Zeit? Bitte? Seid ihr in der Zeit? Ja. Anders als bei rein elektrischer Verdrahtung können hier die einzelnen Zünder nicht mehr durchgemessen werden. Nur eine optische Kontrolle ist möglich. Jeder Handgriff muss sitzen. Firmenchef Werner erklärt die Zündfolge. Wir fangen in der Zeitfolge der Zündung in der Mitte an und gehen dann nach außen. Die Mitte kommt etwa eine Viertelsekunde vor den Außenpfeilern. Dadurch soll ein Absacken, ein Knicken nach innen, wenn auch nur minimal, erreicht werden. Dadurch brechen die Decken vor und damit wird eine bessere Zertrümmung. Und Sie meinen, das klappt alles? Ja, sonst hätte ich es nicht angepackt. Den Optimismus muss ich haben. Ich kann jetzt nicht mehr zurück. Der Tag der Sprengung. Ali Özdeck verlegt den Zünddraht aus dem Haus. Im Umkreis von 200 Metern sind alle Straßen gesperrt. Das ist eine schöne Sache, oder? Das ist doch super. Können Sie uns die Garantie geben, dass da keiner sich mehr im Haus befindet? Ja, der Sprengmeister Prinz ist das Gebäude von oben, vom Dach bis außen durchgegangen. Alles zurück, komm, alles hinterm Auto. Bitte alle zurücktreten in das Auto gehen. Bitte, hier, die sind feuerfest. Ja, liegt doch, mach ich. 15,20 Uhr. Firmenchef Werner gibt grünes Licht aus der Einsatzzentrale. Ja, 15,20 Meter. Genau, keine Probleme. Karl-Heinz, hier ist Walter. Karl-Heinz, hier ist Walter. Karl-Heinz, bitte kommen. Bitte mitschneiden. Bauch, höre. Aktion Barbara kann für 13 Uhr laufen. Bitte bestätigen. Verstanden, Ende. Ab sofort habt ihr das Kommando. Wir schalten uns nicht mehr ein, Ende. Verstanden, Ende. Ali kurbelt die Zündmaschine auf 1500 Volt hoch. So, zweites Signal. Zweites Signal. 5,4,3,2,1,0. Wir schalten uns nicht mehr. Lachen! Was war denn? Was war denn? Was war denn? Was war denn? Das Ali? Ja, Ali. Ali,都是 Ali. Ali, richtig Glückwunsch. Ali, geile veена. foot, onde eramblingohl. Das war's.